Wenn ihr unsere Organe habt, dann muss er uns operieren. Genau. Wieder hat die skrupellose Täterschaft zugeschlagen. Was? Einiges anhin nicht identifizierten männlichen Opfer wurden sämtliche inneren Organe entfernt. Um Gottes Wille! Es ist auf jeden Fall völlig ungefährlich. Was gefährlich ist, es scheint ja noch immer wir. Das schüttelt ja wie verrückt. Fing! Luigi, bist du lebensmüde? Ja! Ich bin wie wegblasen. Weg und blasen. Ich lasse mich nie angeben. Nur wegen dem bin ich noch am Leben. Wo sind wir? Da muss er aber schon sein. Tot sind wir.